Ready up gestartet halt So, Wawo, join Wawo Wawo Ah ja, hier ist jetzt noch viel Gold Ok, jetzt weiß ich für mich nicht genau muss Ja, 15 Sekunden pro Teil, nervt jetzt so krass Ok, warte, ich steck gleich bei mir den Endschau, ich hab hier grad zum Teil Slash, wawo Willst du den kurz sauben? Nee, ich muss auch durch die Cave laufen Also, ja Kannst du schonmal craften Was, durch Craften? Ja, warte, das lohnt sich gar nicht, dass du jetzt durch die Cave durchgehst und danach hast du den Kick gemacht Weil dann bist du ja weiter von dem Dias weg Hä, ich will zwei in Öfen halt Ja, ich stelle mir mal den Öfen auf, ich glaube Hier sind EDIOS Sehen wir mal noch im Ofen von mehr Wenn wir sind so viel, aber ich bin hier nicht aufstellen, die nicht so viel, aber Warte, was war jetzt die Chords? 233.707, okay Äh, 377 Ja, okay, warte, ich stelle mir an Ey, jetzt kommen die Zombies Nein, nein, nein Oh nein Ich muss da lang, das ist gut Oh, dauert das, ich muss mich da hinten bauen, egal So, jetzt machen wir die Boxen, warte, jetzt warte, das sind die Wie viel Holz hast du eigentlich noch? Genau Gut Falsch, habe ich etwa ist ja niemals verboten angsthase sag dir einfach mal zu leute ich kann versuchen mit einem buchgeschoss wenige wenn du es bekommst ich brauche die augen zirka scheint ich sehe es nicht ich stecke zu mir ich bin endlich was ist Das war holy shit. Das ist ja echt krank. So haben wir das jetzt Geld, wenn wir jetzt einfach die mädlichen Levelkatz bekommen. Ja, das war nichts. Glaub ich nicht, wir sind okay. Oh, hier ist es, oh hier ist es. Ich glaube ich habe eine Pika, weil ich kann es auch gucken, ob ich eine Axt bekomme. Das wäre natürlich noch plattisch. Komm, man. Ja. Ich sehe das auf eine Axt. Nice. Sieht das auf eine Axt. 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 Ja. Eins, zwei, drei. Ich glaube so funktioniert das. Eins, zwei, drei. Ab, ab, ab. 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 Geht sie hin? 20er Ench. Fi3. Nicht so gut. Ab. 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 mache ich dann baut dann denke ich die die aber schon mal gleich rein da geht es mal zu wenn die er zurück ich bin war ja ich schicke dich rein ich habe schon eins aber die andere habe ich reingelegt schon eins wort schon eins ja ich habe eingelegt es sind zwei geworden ja macht das wir wollen dass man sich nicht mehr wenn ich jetzt noch mal fortune 2 alles gut fortune 2 reicht schon die pickel das nicht mit der pickel sterben oder so richtig immer abbauen gehen ist einer geworden wir haben ja keinen platz einfach einzubauen ja eben die pickel ist viel wichtiger jetzt geht es mal die groß diese cave ist ja riesig Sehr abnormal Immer schön Ritzen mitnehmen Ja wohl jetzt egal Wir haben uns alles was zu brauchen Ob jetzt heißt es einfach nur noch die ausfinden, dann hoffentlich passfertig werden Wir haben hier noch eine Bedeutung Wir haben hier noch eine Bedeutung Hey Junge Das ist kein Tier, das macht mich komisch, traurig Das macht dich komisch Schade Das macht dich komisch Nein Das ist komisch Das ist halt auch schon wieder Das ist halt auch schon wieder Das ist halt schon wieder Das ist halt schon wieder, dass das Good Angel work Was ist das noch beim DS-Form bekommen, dann? Dann wär gut Oh, das sieht eigentlich nicht so krass danach aus Naja Keine Ahnung Wachere 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 mein kompletter monitor schwarz nicht mehr mit dem gameplay drauf aber trotzdem hier habt ihr öffnen dsd war dem wo ich auf dem du drauf warst und mein obr ist deswegen das passt Ich kann das auch noch weiter durchbraten Also wenn der mir erklären will, dass ihr Red halt wieder rausnehmen Naja, ist halt nicht, ist halt noch weiter unten Neufer ist halt schon wieder ausgegangen Ich glaube, der hat nicht über den Waffe von Doktorhofen in den Scheißen Digga, also wenn du jetzt schon mehr 30 Sekunden kriegst, wir haben einen Eimer die ausgefahren Naja Hä? Hä? Meine Pika ist weg, ne? Hä, wie ein Pika ist weg, ne? Hä, wie ein Pika ist weggepackt Jetzt hier, hä? Warte, hier, keinen Sinn Ja, das ist okay, ich habe keine Diasen noch nicht so wütend Ich konnte es ja gerade über die Pika aus meinem Entrenamen Ja, ganz ehrlich, ich habe keine Diasen noch nicht so wütend Ja, warum haben ja auch so komisch das